Ballverlust der Grün-Weißen. Grün-Weißen hat den Ball zurück und Rostock hat ihn hier. Und ein Tor von Lulu, doch leider übertreten. Applaus Hat Spaß? Tor für den Rostocker HC. Und gehalten vom Tor war der Rostocker HC. Nach 21 Minuten und 26, 27 Sekunden steht es 23 zu 11 für Grün-Weiß. Und die Rostocker Trainerin nimmt eine Auszeit. Buh! 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 Ja, Mann, macht ihr beide Kumpel. Und die Rostocker im Ballbesitz. 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 Und in der 23. Minute steht es 25 zu 11 für die grünen-weißen Mädels. Zeitspiel angezeigt vom Schiedsrichter. Und ein Tor durch die Nummer 2 vom Rostock. Und so war gehalten von Vivi. Und die Rostocker im Ballbesitz. 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 Und will ich mal lieben Meryl! Spielende! Die Grün-Weiße gewinnt mit einem 3! 10 zu 28! Sp祝 Spielende! Spielende! Vielen Dank.